Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exodus und in diesem Video schauen wir jetzt an, wo der liebe Xur steht und zwar beim Reisenden hier hinten beim Hangar, da der sich versteckt und ist für dieses Wochenende dort. Wir schauen uns kurz an, was er dabei hat und ob sich das Ganze lohnt oder eher nicht. Wie immer hat er ein Schicksalsengraben dabei, hier kommen nur Jahr 1 Gegenstände raus, das heißt Forsaken und Nachforsaken Gegenstände gibt es hier drin nicht. Dann Himmelsbrennereid, nun die Werte sind beim Himmelsbrennereid logischerweise immer die gleichen, die Waffen ändern sich dahingehend ja nicht. Dann der Schatten des Drachen, hier haben wir die Fähigkeit, dann haben wir hier Erholung und Belastbarkeit, ruhiges Bugengewehr zielen, ruhiges Fusionsgewehr zielen und ruhiges Kinetik zielen mit Scoutgewehrreserven und Spezialmunitionfinder. Ist jetzt nicht die schlechteste Brustpanzerung, aber eben muss jeder für sich wissen. Die Sonnenarmschienen für den Warlock mit folgender Fähigkeit, die Fähigkeit ist nicht zu unterschätzen. Dann Mobilität und Belastbarkeit. Belastbarkeit, Fusionsgewehrlader, Handfeuerwaffenlader, Einschlagsinduktion, Scharfschützengewehrplünderer und Maschinengewehrplünderer bin ich von beiden sehr sehr begeistert. Mit der Kombination kann man sich das durchaus gönnen. Dann für den Titan, worum Gott, Berührung mit folgender Fähigkeit ist jetzt nicht schlecht, wenn man hier im Nahkampf tätig ist. Dann haben wir Belastbarkeit und Erholung, auch hier Fusionsgewehrlader, Handfeuerwaffenlader, Einschlagsinduktion und Scharfschützengewehrplünderer sowie Maschinengewehrplünderer. Auch hier die Fähigkeiten sind jetzt nicht wahnsinnig übel. Gut, das war es eigentlich auch schon von dem lieben Xur. Schaut euch gerne noch die anderen Videos von mir an. Ich habe noch zu Anthem-Videos gemacht. Vielleicht interessieren sich die ein oder anderen für Anthem, das ja bald Release hat, wenn ihr hier den Ranger oder den Koloss ein bisschen genauer anschauen möchtet. In den beiden Videos werden die Fähigkeiten, die diese Klassen bzw. die Javelins haben, ja, gezeigt. Keine Sorge, Anthem wird bei mir einfach nur ein paar Wochen bzw. ein paar Monate gespielt. Destiny bleibt aber trotzdem auf dem Channel erhalten. Aber wenn eben Content flauter ist, nun dann kann man ja nicht wahnsinnig viel machen. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann.